Jetzt noch eine Meldung vom Sport. Eishockey-Bundesligist Mannheimer ERC hat eine 400.000-Mark-Offerte des Liga-Konkurrenten Kölner ERC ausgeschlagen. Die Haie wollten Stürmer Peter Dreissattel, der in der kommenden Saison sowieso in Köln spielen wird, aus einem laufenden Vertrag in Mannheim herauskaufen. Die Kurpfälzer verweigerten aus sportlichen Gründen dem Nationalspieler die sofortige Freigabe.